Hallo, 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 guten Abend. Wir haben 16.28 Uhr auf meinem Kanal. Wenn ihr das Video sehen solltet, wird das erst 18 Uhr sein, aber das ist dann nicht so schlimm. Es dauert ja, es wird ja so nur 5 Minuten ungefähr sein. Das ist eigentlich mehr so ein kleines Infovideo. Hintergrund ist ein Ladebildschirm von Destiny. Und genau, morgen, ich weiß ja nicht, wenn ihr da wach seid, ich werde das schon mal ein bisschen früher machen, ich habe ja mir beim Store Borderland vorbestellt. Borderland kennt ja jeder, ist ja ein Begriff. Das ist die Hanson Jackson Kollektion und das müsste euch eigentlich bekannt sein. Wenn man das nämlich vor dem 24 vorbestellt, ist ja schon gewesen, dann hat man alle Inhalte drin. Also das heißt, alle Charaktere, alle Mokokin, richtig, alle Inhalte, alle Add-ons, die für beiden Spiele drin sind. Mit dem Bonus-Charakter und so weiter, pipapu. Und ja, und die habe ich und ein Kumpel auch. Und darum wollte ich eigentlich nur sagen, ich werde einen Livestream machen. Jetzt wollen wir hier mal einfach starten, ne? Einen Livestream machen, weil ich Bock dazu habe. Wollte ich wirklich mit dem Charakter spielen, ja. Stimmt ja, mit dem wollte ich ja spielen. Äh, was wollte ich jetzt ungefähr machen? Die Waffen wollte ich leveln. Jedenfalls werde ich dann einen Livestream machen. Das Ganze, ich werde das morgen zweiteilig machen. Das heißt, ich werde zweimal Livestream morgen machen. Einmal um, wann ich das Spiel zocken kann. Das heißt, um 0.01 Uhr kann ich das zocken. Und dadurch werde ich in den ersten Livestream starten, 0.01 Uhr. Mein Name auf Twitch werde ich in der Videobeschreibung reinschreiben, rein tippen. Äh, habe ich nur was vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich kann ja mal eine Runde... Ne, ich wollte ja eigentlich nicht lange aufnehmen. Ich wollte ja eigentlich nur... Gut, ich wollte ja nicht nur ein paar Minuten aufnehmen. Ne? Na gut, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich einen Livestream mache. Auf Twitch. TV. Cyberspace 3. Habe ich mal vergessen. Also Twitch.TV, Cyberspace 3. Ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Ich wünsche euch noch einen wohlverdienten Donnerstagabend. Einige von euch sind vielleicht von der Schule nach Hause gekommen, haben vielleicht Osterferien schon. Ich wünsche euch allen viel Spaß in den Ferien. Vielleicht macht ihr ja mit euren Eltern ja was Tolles. Und sitzt nicht so, wie ich immer, ständig an der Konsole. Na gut. Ich wünsche euch mal Tschüss. Tschüss.